Heute installieren wir den Build-in-Web-Server. Los geht's! Ja hallo, mein Name ist Vitali Mik, willkommen auf meinem Kanal. Hier lernt ihr alles über PHP, Webentwicklung und Spieleentwicklung. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr einen PHP Build-in-Web-Server startet und konfiguriert. Als erstes geht ihr auf die Seite windows.php.net und klickt oben in der Leiste den Download-Button. Dann seht ihr eine Liste von den verschiedenen PHP-Versionen, die ihr dort downloaden könnt. Lädt euch am besten die neueste Version herunter. Heute ist das die Version 7.3. Achtet bitte darauf, dass ihr die Thread-Safe-Version herunterlädt. Den Unterschied zwischen Thread-Safe und Non-Thread-Safe erkläre ich in einem anderen Video. Sobald ihr die ZIP-Datei heruntergeladen habt, entpackt ihr diese auf eurer Festplatte. Idealerweise unter Laufwerk D oder C, je nachdem, ist egal. Nachdem ihr die Datei extrahiert habt, guckt ihr in den Verzeichnis hinein. Da gibt es eine php.ini-development und eine php.ini-production-Version. Macht eine Kopie von der Development-Version und benennt diese um in php.ini. Anschließend bearbeiten wir diese ini-Datei mit einem Texteditor. Das erste, was ihr dort einstellen müsst, wäre die Zeitzone. Einfach in der Datei nach Timezone suchen und dorthin scrollen. Da müsst ihr dann ein String eingeben wie Europe-Berlin. Wenn ihr aus einem anderen Land kommt, dann müsst ihr natürlich dementsprechend eure Zeitzone eintragen. Nachdem ihr die Zeitzone eingetragen habt, aktiviert ihr die Extensions. Dazu müsst ihr einfach nur das Semikolon am Anfang der Zeile entfernen. Außerdem müsst ihr das Semikolon vom Extension dir auch noch entfernen. Die Extensions, die bei mir meistens aktiviert sind, sind col, fileinfo, gd2, gettext, intel, mbstring, mysqli, openssl, pdu-mysql und pdu-sqlite. Und jetzt habt ihr eigentlich schon php heruntergeladen und konfiguriert. Als nächstes ist das praktisch, wenn ihr den Installationspfad in eure Umgebungsvariablen unter Windows einträgt. Weil dann könnt ihr in der CMD-Echse direkt die PHP-Echse ausführen, ohne da extra explizit den Pfad angeben zu müssen. Im nächsten Schritt abonniert ihr meinen Kanal und gebt meinem Video ein Like. Ansonsten funktioniert euer Web-Server nicht. Nein, Spaß beiseite. Und schon könnt ihr den Bild in Web-Server nutzen. Dazu legt ihr irgendein Projektverzeichnis an, irgendwo auf eurer Festplatte, navigiert da hinten über die Command-Line und startet mit dem Befehl php-s localhost.80 für den Port, um Startverzeichnis anzugeben. Sobald ihr Enter drückt, beginnt euer Web-Server zu laufen. Wenn ihr nun im Browser localhost aufruft, seht ihr dann nichts. Ihr braucht in eurem Verzeichnis natürlich eine Index-PHP-Datei, die dann zum Beispiel Hello World ausgibt oder php-info. Und dann seht ihr dann ein Ergebnis, wenn ihr localhost aktualisiert. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wozu das Ganze? Ich habe doch sowas wie XAMPP und weitere Web-Server, die man so downloaden kann. Ja, aber die haben halt einen kleinen Nachteil. Und zwar erstens, wenn man eine weitere php-Version ausprobieren möchte, muss man sich ein Komplettpaket inklusive MySQL und neuen Apache etc. etc. nachinstallieren. Hier kann man sich jederzeit die neuere php-Version herunterladen, diese dann antesten und wenn es einem nicht gefällt, einfach entfernen von der Festplatte und fertig ist man. Dann ist man noch gebunden durch dieses Apache Web-Server an die HTDOX-Datei. Alle meine Projekte müssen sich bei XAMPP und Co. immer in CXAMPP-HTDOX-Ordner befinden, damit das überhaupt funktionieren kann. Bei diesem Verfahren kann ich meine Projekte installieren, wohin ich möchte und ich bin nicht abhängig von irgendwelchen XAMPP-Installationen. Damit ich nicht jedes Mal über die CMD-Exe den Web-Server starten muss, konfiguriere ich das meist über meine IDE, sodass ich einfach bei einem Projekt auf den kleinen Play-Button drücke und schon habe ich meinen Web-Server gestartet. Das war's auch schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hoffentlich habt ihr was dabei gelernt. Abonniert meinen Kanal, gebt mir einen Daumen nach oben. Was nutzt ihr eigentlich? Nutzt ihr XAMPP? Nutzt ihr Vagrant? Nutzt ihr Docker? Schreibt das doch mal in den Kommentaren. Über eine Diskussion würde ich mich sehr freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss!